Meinst du wirklich, dass du damit durchkommst? Es tut mir leid, dass ich überhaupt die Sache mit reingezogen hab. Ja, was sind Freunde denn da? Und wegen deiner Frage? Viele Geburten passieren? Gerade im frühen Stadium meiner Schwangerschaft. Okay, versteh ich das richtig. Ich geb' ihr also die erste Pille und warte bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann geb' ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung nieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was merkt? Dann lass dir was einfallen. Ich verpasse heute Abend die erste und dann werden wir irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau' mich nicht so an, ich versuch' dir nur zu helfen. Buddy, ich hab auch mal da geschaut. Ich geb's mir ganz stabil. Drei, ich hab auch mal da, die Stadt. In der Welt nicht mehr so, ich versuch' dich, aber ich bin so bald! Und ich bin so klein. Ich bin really focused. Drei, ich bin so klein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017